So Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Geometry Dash Online. Ja, tut mir leid, dass der letzte Part beendet wurde, weil der Speicher voll war. Aus so einem Grund, ich weiß nicht warum. Aber wahrscheinlich, weil ich dieser Kalt hier noch ein paar, dieser Kalt online hier noch ein Level gesucht habe. Beziehungsweise eigentlich nur zwei, weil ich eigentlich gedacht habe, dass es dieser Kalt nur zwei für den letzten Part eigentlich reichen sollte. Aber ja, hat ja nicht. Offensichtlich, weil er erst halt beendet wurde. Aber naja, dann gucken, es ist halt in diesem mal Apart an und es sind Minecraft und Metamorphosis. Ja, ich habe ja wie gesagt nur gesagt, dass ich jetzt mal ein Level nehmen und wohl mir nur das vom Namen her zusagt und nicht, dass ich extra reinschaue. Nee, die sind es blind. Ja, schauen wir mal rein. Fangen wir an mit Minecraft. Wie sagt, du sag mir echt der Name zu, weil halt Minecraft geil ist. Mal schauen, ob das an dem Minecraft normalen Rand. Dann kommt's. Okay. Sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Oh ja, aber verdammt ähnlich. Minecraft. Die Musik ist einfach, kenne ich nicht, also die ist irgendwas für ein Render im irgendein Stuff. Gehört auf jeden Fall nicht zu Minecraft, glaube ich. Wow. Alter. Das war fies. Was? Was ist denn das? Stirbt man auf jeden Fall, okay. Dann will ich mal ein zweites machen. Okay. Hätte zwar mehr gepasst, wenn er Minecraft Musik verwendet hätte, aber ja. Sieht trotzdem geil aus, wirklich. Ich beschwere mich nicht. Sieht wirklich richtig, richtig geil aus. Kann man nix sagen. Wow. Spinne? Alter, wie die Spinne aussah. War das ein... War das ein Enderman? Als ob. Alter, wie sie das gemacht haben. Nicht spinnen, sondern sogar so ein Enderman. Wenn es einer war, ich glaube, aber es war ein Enderman. Alter, geil. Was sie hier geschaffen haben, ey. Für ein geiles Level. Ich bin mal wieder komplett begeistert, ey. Unglaublich. Also wenn ihr aber auf jeden Fall rausseht, ich bestimmt verdammt geile Fazien bekommen. Geil. Freue mich jetzt schon. Auch viele geile ferngemachte Level. Ja, sozusagen ferngemacht. Also von Spielern gemachte Level. Schon klar. So, ich möchte aber gerne mal weiterkommen, bitte. Ich werde hier auch was schaffen, bitte. Es ist aber hart, also wenn ich ihn eher nix auf die Reihe kriege, ja. Das ist ein bisschen klar. Es ist genauso wie bei hier, bei dem Fun... Nee, ähm... Mein Level... Ja, Phantom war es. Phantom, so hieß es. Was wir im letzten paar behandelt haben. Mit diesem anderen Level da. Dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Mist, das ist so doof, ja. Sag mal lieber nix, sonst mach ich hier noch irgendwelche anderen Fehler. Und ich habe wirklich... Ich stelle wirklich fest, es ist Bug drum, wenn ich rede. Also irgendwie manchmal. Das ist am Anfang wirklich noch easy shit und so. Und jetzt ist es hart. Ach Gott, da habe ich schon wieder diesen Fehler gemacht. Ey, ich glaube, ich spinne. Und schon wieder den, ja. Ey. Ich stelle mich richtig scheiße, muss ich echt sagen. Ich glaube, an den Dingen, die ich hier andauernd sterbe... Also die Dinger da, ich glaube, es sind Steine, glaube ich. Die da rausragen. Glaube ich, ich weiß es nicht. Sieht komisch aus. Aber ich sage, das sind Steine. Alter, wie oft will ich den Fehler noch machen, ey. Ich glaube, ich spinne. Was soll denn das? Ich hasse das, wenn das in Daumen passiert. Was soll denn das in Daumen passiert? Okay, an den kann man schon mal nicht sterben. Ah, fuck. So ärgerlich, ey. Das ist einfach so übelst ärgerlich. Ich glaube, zweimal versuchen wir es noch. Zweimal. Da habe ich keinen Bock mehr. Ich glaube, ich sollte mir auch mal kürzere Level raussuchen. Und ich suche immer nach langen Level. Ich sollte mir mal etwas kürzerer aussuchen. So mittel oder so, keine Ahnung. Also medium. Ich mache immer den gleichen Fehler. Gut, letzter Versuch. Oder zwei Versuche. 13 jetzt ist es. Dann noch 14 und 15. Dann haben wir 15 Versuche hier gemacht. Für dieses Level. Ach ja. Der war der geilste von allen. Das ist ja eigentlich nicht schwer. Ich stelle mich nur scheiße an. Ich gebe es ja zu. Ich spiene es ja zu. 스�. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Aussehen her wirklich ein sehr gutes Level. Ich stelle mich nur scheiße an. Wie auch immer ich das nicht geschafft habe. Boah, langsam bin ich. Das ist echt leid, ey. Was ich hier leiste. Das ist normal. Digger, ich habe auch von der Schwierigkeit her einen runtergesetzt. Also warum? Oh Gott. Nein! Alter. Jetzt komme ich mal ein bisschen weiter. Dann kommt das. Ich bin einfach so schlecht, um abzuschätzen, wie hoch ich springen kann. Das ist ein Nachteil für mich. Fick nicht. Und ich darf auch bei diesem Spiel absolut nichts sagen. Egal welcher Schwierigkeitsgrad. Und ich sage es, das so jetzt habe ich genug jetzt möchte ich mir das andere mal ansehen Spooky Light Musik ist aber Waterflame ist also ein original Soundtrack aus den normalen ok du wuss what the fuck ok oh nice alter nice alter wie geil hier sind Objekte aus Mario World als ob ich habe ein Key bekommen bin ich gut oder bin ich gut das ist schon viel besser als das andere was wir vorhin haben Alter hier ist auch wieder etwas animiertes hier drin finde ich mega geil feier ich hier hier ist in der ich bin ja wo aber ich habe mehr gestorben in wo ich glaube wir werden aber auch trotzdem nur diese zwei Level in diesem Pfad schaffen. Ja, weil ich befürchte, dass sonst das Video ohne meine Erlaubnis wieder beendet wird. Aber wirklich, jetzt einfach mal Objekte auszumachen von Mario World. Nice. Feier ich. Ja, da kann man durch. Soll man denn sonst besser vorhin kommen, das ist so unfair. Alter. Gerade jetzt müssen wir so jucken, rücken jucken. Toll. Hi. Ihr Buht aus Mario World. So, dann ne, die mir die geile Lampe einsammeln. Das ziemlich geil animiert. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich richtig, richtig geil ausgutig. Wenn ich da um nicht lang kann, dann kann man, kann man nicht kommen, wenn ich nicht bekomme. Tut mir leid. Was? König Buu? Alter, was geht's? Wo muss ich den Buht ausweichen? Alter, wie geil! Hä? Fail? Warum stand der Fail? What the fuck? Das war einfach mal König Buu in Mario World Style. Ich gab's aber nicht den Super Mario World. Also es ist ein, ja, Selbsterstellter. Im Originalspiel gab's sie nicht König Buu. Der erste Auftritt war Luigi's Mansion. Man kennt ja auch ganz genau, das ist nicht der richtige König Buu. Der richtige König Buu hatte dieses, äh, diese dunklen Augen. Das ist, äh, so, dieser, dieser, dieser komischer, andere, dieser Big Boom mit der Krone. Wie zumindest einige Bauern, Light Up, so, ah! Ah, okay, ach, ich soll die Buht mit dem Licht zerstören, so, so. Ah, okay, so. Mit Zahn und Keun, die ich nicht bekomme, aber, what? Als ob. Wow, ist das krass! Wow! Ich hab's! Ja! Lol, und ich hab ein Ding gewonnen, Master, okay. Alter, geiles Level! Cool! Verdienen auf jeden Fall ein Like, alter! Mega, wirklich! Cool, macht Spaß! War richtig geil mit Mario World Objekten. Nice, weil ich müsste wie dann sind. Köh, 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 köh. Ist mir fragwürdig, irgendwie, könnt's ja noch ein bisschen versuchen. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber, wow! Dieses andere grad eben, boah! Mega! Feier ich! Aber wie gesagt, schlecht ist es nicht eigentlich, wie gesagt, dieses Level. Wirklich mega schlecht ist es nicht. Mit dem Design her, gefällt's mir auch gut. Ich bin nur schlecht. Ist es ja... Ich kann das nicht. Ich... 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 Ich merke mir das nie. Ich werde das nie können. Auch das nicht. Ne, ich werde dieses Level nicht können. Da ich dieses Level nicht kann... Nein, doch nicht Dislike! Nein! Was bin ich für ein Honk! Ich wollte es nicht Disliken! Wie kann man das rückgängig machen? Hä? Was? Ich wollte das nicht Disliken! Fuck you! Ich wollte es einfach nur entfernen! Kann ich das irgendwie rückgängig machen? Warte, das Ding hier. Blazl ist up to date! Mann! Ich will diesen Dislex rückgängig machen! Bitte! Hallo! Hä? More! Ne! Hä? Hä? Ich verstehe es nicht! Ich kann es irgendwie nicht rückgängig machen! Ja Mist! Vielen Dank. Vielen Dank.